jetzt kommt nämlich gleich nachdem wir die platt gemacht haben wir ganz dicke jetzt mal nicht jetzt kommt glaube ich warte mal ich gehe mal vor und wieder zurück doch nicht jetzt kommt was menschen hinüber ja das gut ich brauche ein davon noch keiner das gut ja ich finde dieses maschinengewehr ist gar nicht so schlecht nee ist es auch nicht du musst halt nur noch mal länger schießen können oder ja die hat meine bibliothek gearbeitet und ich habe meine bücher nicht zurückgegeben da geht die richtig ab keine gnade das ist einfach aufgeschlitzt sind wir wieder hier jetzt kommen wieder irgendwie ja nein ich würde mal weg jetzt hat er keine munition ja endlich das gute arbeit da unten liegt schön munition rum hast du noch genug weil ich habe nicht mehr so viel ja ganz ruhig einsammeln aber es ist selten dass seine kisten mal munition drin ist es kommt nie vor was ist mir noch so dieser altmetall kram nein ich höre schon wieder so ein komischer käfer ach ich sehe ihn auch hier liegt über munition rum die kannst du einsammeln ah oh oh nauf und das bist du ja ja genau ja so da ist munition für dich ja vorsichtig da ist noch einer auch und schütz ich muss glaube ich eine munitionskiste benutzen hm oder erstmal hier gibt es noch ein bisschen genau 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 hier hinten liegt auch noch was hast du denn noch ja ja ich habe noch nein hier ist noch so ein Vieh das ist ein bisschen doof dass der nicht automatisch sachen aufsammelt eigentlich könnte der ja genau wenn man drüber läuft ne ja weil ich es gibt ja nichts was man nicht mitnehmen würde ja oder sind wieder welche sehr schön so schön altmetall okay guck mal nachher wieder auf dem schrottplatz mhm 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 jetzt ich meine der verträgt auch so viel die mücke die haut hier auf mir rum weil er das was geht da ab ich glaube das wird nicht das sind zu viel na der schafft es echt meine energie platz zu machen hat mich totgeschlagen ja gut dann macht das keinen sinn dann laufe ich die waren echt fies da unten ich hab auch gedacht mal weg laufen mal ablenken aber keine chance